Ein Superstar reagiert. Bei The Voice Kids überzeugte die Kandidatin Emma in dieser Staffel alle Juroren. Während sie den Song von Eminem, 50, Mockingbird zum Besten gab, drehten sich Lena Meyer-Landrut, 31, Vincent Weiss, 30, Alvaro Soler, 32, sowie Michi Beck, 55, und Smudo, 55, um. Doch jetzt wird Emma noch eine Ehre zuteil. Der Auftritt der jungen Sängerin ging auf TikTok viral, und auch an einem bestimmten Rapper ging das Video nicht vorbei. Niemand Geringeres als Eminem hat Emmas Performance seines Tracks gesehen und sogar kommentiert. Zwar benutzte er einen Emoji, der etwas schwer zu deuten ist, doch allein eine Reaktion dürfte schon Grund zur Freude sein. Das finden auch die Fans unter dem Instagram-Beitrag von Universal Music, der Emmas Darbietung und Eminems Kommentar dazu zeigt. Es ist schon krass, dass er es überhaupt gesehen hat. Dann noch einen Emoji dazulassen, ist irre. Und total egal, was der Emoji aussagt, eine Reaktion von dem besten Rapper der Welt zu bekommen, ist Ehre genug. Schreibt beispielsweise ein User. Schreibt beispielsweise ein Emoji. Schreibt beispielsweise ein Emoji. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.